Herzlich Willkommen hier in Bad Cannstatt in der Kissinger Straße mit der Vortragsreihe Wenn Gott zweimal ruft. Es ist schön, dass Sie sich heute Abend auch wieder entschieden haben, dabei zu sein. Es ist unglaublich, aber es ist schon der achte Vortragsabend. Heute Abend wird das Thema sein Simon, Simon. Wir werden erfahren, wer ist dieser Simon und was hat es mit diesem Namen auf sich, aber vor allem, was können wir heute Abend mit nach Hause nehmen für unser Leben. Eine kurze Information noch für Sie, die Sie vor dem Livestream sitzen, aber auch für die Gäste, die heute da sind. Morgen früh sind Sie herzlich eingeladen um 10.45 Uhr, dann mit dem Thema Eli Eli. Und das Schöne ist, die Vorträge werden aufgezeichnet. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, die Wiederholung morgen um 16 Uhr wieder zu sehen. Mir bleibt noch zu sagen, dass Sie fleißig Fragen gestellt haben. Das dürfen Sie weiterhin tun auf www.fragen.bibelantworten.de. Entschuldigung. Da haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Es gibt drei interessante Fragen, die wir auch heute mit Gottes Hilfe beantworten wollen und vor allem mit der Hilfe von Christopher Kramp. Guten Abend. Die erste Frage, die sehr interessant ist, lautet, in welchem zeitlichen Rahmen haben sich die Ereignisse von Jerusalem, Jerusalem abgespielt? Ja, das ist eine Frage, die bezieht sich auf unseren Vortrag am Dienstagabend. Dort war unser Thema Jerusalem, Jerusalem. Und wir haben die Geschichte Jerusalems betrachtet durch die Jahrhunderte hinweg. Sie können Jerusalem und all das, was passiert ist. Was wir nicht gesagt haben, sind die historischen Eckdaten dazu. Und die wollen wir natürlich auch gerne nachliefern. Je weiter man von unserer Zeit zurückgeht, in die biblische Zeit zurück, desto unsicher werden manchmal so die Daten. Es gibt nicht für jedes Ereignis in der Bibel ein hundertprozentiges Datum, das man auf so und so viele Kommastellen dann genau angeben könnte. Aber man kann sagen, dass die Geschichte von Abraham, der dort von Melchisedek gesegnet wird, dem König und Priester von Salem, dass das ungefähr so Pi mal Daumen, wie man so schön sagt, 1900 vor Christus gewesen ist. Und dann in der Folgezeit war dann Salem oder dann Jebus eine kanonitische Stadt und das ging viele Jahrhunderte so. Und die Einnahme von Jebus durch Salomo, Verzeihung, durch David natürlich, durch David war ungefähr im Jahre 1000 vor Christus. Also fast ein ganzes Jahrtausend nach Abraham. Die Zerstörung Jerusalems, dann unter Nebukadnezar können wir sehr präzise angeben, das war im Jahre 586 vor Christus. Das heißt, zwischen der Einnahme durch David und der Zerstörung sind mehr als 400 Jahre, in der Gott versucht hat, seinen Plan mit Jerusalem durchzusetzen und auszuleben. Und der sich immer weniger so gestalten konnte, weil die Israeliten eben es nicht umsetzen wollten. Der Befehl, dann Jerusalem wieder aufzubauen, das ist ganz spannend. Das ist ein ganz wichtiges Datum in der Prophetie. Das sollten Sie sich gut merken. Das ist im Jahre 457 vor Christus. Und dann natürlich die endgültige Zerstörung von Jerusalem, das war im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. Der Zeitpunkt, wo Jerusalem auf die neue Erde kommt, das wissen wir noch nicht. Ich kann Ihnen so viel verraten, es wird genau 1000 Jahre später nach der Wiederkunft sein. Da wir aber nicht wissen, wann die Wiederkunft ist, können wir dieses Datum nicht genau angeben. Aber es wird dann 1000 Jahre nach einem Zeitpunkt sein, von dem ich glaube, dass es sehr bald ist, nämlich die Wiederkunft Jesu. Vielen Dank. Die zweite Frage, die sich die Christen oft stellen oder die Christenheit. Warum sagt die Bibel, dass es auf der neuen Erde kein Meer mehr geben wird? Ja, das ist eine interessante Frage. Die ist mir schon öfter gestellt worden. Wenn wir gemeinsam Offenbarung 21 anschauen, Offenbarung 21 und dort Vers 1, da gibt es eine merkwürdige Aussage hier. Es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Nun, jeder, der an der Küste wohnt und ich komme von der Küste, komme von der Ostseeküste ursprünglich, habe dort gut 20 Jahre meines Lebens verbracht an der Küste und ich liebe das Meer und ich weiß, es gibt noch mehr Menschen dort draußen, die das Meer lieben. Die stellen sich die Frage, was ist so verkehrt an dem Meer? Warum gibt es kein Meer mehr? Nun, ich kann Sie beruhigen in einer Hinsicht. Die neue Erde wird nicht wasserlos sein. Es wird Wasser geben auf der neuen Erde. Woher wissen wir das? Es gibt zum Beispiel den Strom des Lebens in Offenbarung 22 und dort Vers 1. Dort heißt es, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und dieser Strom des Lebens, das müssen Sie sich nicht vorstellen wie einfach nur so ein Rinnsaal, das irgendwo so dahin geht. Das ist schon ganz schön tief. Wenn wir gemeinsam zu Hesekiel gehen, Hesekiel 47, da wird dieser Strom des Lebens, dieser Wasserstrom beschrieben. Das ist ganz interessant. Wir können ein paar Verse dort lesen in Hesekiel 47 und dort ab Vers 1. Es heißt, und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und dann lesen wir weiter. In Vers 3. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er 1.000 Ellen. Eine Elle ist ungefähr ein halber Meter, also ungefähr 500 Meter und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis wohin? Bis an die Knöchel. Das heißt, Hesekiel 47 beschreibt das Neue Jerusalem zum Teil und wie hier der Strom des Lebens aus Neue Jerusalem, aus dem Tempel hinausgeht. Und wenn man vom Tempel 500 Meter in eine Richtung geht nach Osten, dann geht einem das Wasser bis zum Knöchel. Wenn man dann weitergeht, Vers 4, und er maßt noch 1.000 Ellen und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maßt noch 1.000 Ellen und er führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Hüften oder an die Lenden. Also das wird jetzt schon immer tiefer. Und dann Vers 5, als er noch 1.000 Ellen maßt, wie viele Meter sind wir jetzt schon entfernt ungefähr? Das waren 4 mal 1.000 Ellen, das sind ungefähr 2.000 Meter. Ja, 2 Kilometer. Da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten ist. Also es gibt für alle, die gerne schwimmen möchten, die Gelegenheit, auch auf der neuen Erde zu schwimmen. Denn wir wissen hier definitiv, der Strom des Lebens ist so tief an bestimmten Stellen, dass man darin schwimmen kann. Die Frage ist also, warum gibt es kein Meer? Die Bibel sagt an keiner Stelle explizit, jedenfalls soweit ich sie studiert habe, es gibt kein Meer mehr deswegen. Deswegen bleibt uns nichts weiter als ein bisschen zu spekulieren. Es ist ja auch nicht der entscheidendste Punkt an der biblischen Lehre. Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass das Meer, vor allem die Ozeane, viele Menschen trennen. Und es gibt die Theorie, das ist nur eine Theorie, das ist reine Spekulation, dass als Gott die Welt schuf, er die Welt nicht so schuf, was die Kontinente betrifft, wie sie heute sind. Wenn man sich die Kontinente anschaut, dann kann man mit einem bisschen gesunden Menschenverstand sehen, die passen alle recht gut zueinander. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass Gott wahrscheinlich einen Kontinenten geschaffen hat und der infolge der Sinnflut so auseinandergerissen wurde mit all den Meeren und Ozeanen dazwischen, sodass Menschen heute oft, selbst heute noch oft, sehr lange brauchen, bis sie von einem Ort zum anderen kommen. Und in früheren Zeiten, wenn manche Menschen halt ihr ganzes Leben lang getrennt waren, weil sie halt nicht die Mittel besaßen, zum anderen Kontinent, auf die andere Insel, wo auch immer zu gehen. Und ich glaube, dass das Meer an dieser Stelle ein Hinweis ist darauf, dass es ein Symbol für die Trennung ist und dass solche Art von Trennung auf der neuen Erde es nicht mehr geben wird. Okay, vielen Dank. Also für alle Wasserratten, es gibt Hoffnung. Die dritte Frage lautet, warum sind die Blätter des Baumes, des Lebens, warum dienen sie zur Heilung? Und das ist auch eine sehr interessante Frage, die oft gestellt wird. Ja, ganz genau. Der Baum des Lebens, wir haben das, ich glaube, in einer der letzten Fragen, die wir beantwortet haben, darüber gesprochen, dass der Baum des Lebens zwölfmal Früchte trägt. Wir finden das in Offenbarung 22, Vers 2. Offenbarung 22, Vers 2. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine. Soweit ist uns das klar. Wir wissen, wer von der Frucht des Baumes des Lebens ist, der verlängert sein ewiges Leben und das ist alles klar. Nur was sollen jetzt die Blätter des Baumes zur Heilung der Völker? Das heißt hier, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Man könnte sich fragen, warum müssen die Völker noch geheilt werden, wenn sie schon auf der neuen Erde sind? Sie haben einen neuen Körper, sie haben keine Krankheit mehr. Die Bibel sagt ganz deutlich, es wird dort kein Tod mehr sein, es wird keine Krankheit mehr sein. Also was muss man noch heilen? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Und auch hier sagt die Bibel nichts so eineindeutiges, dass man da ein Dogma draus machen könnte oder sollte. Aber es gibt einen interessanten Hinweis, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und zwar, wenn wir gemeinsam Malachi aufschlagen. Malachi und dort das letzte Kapitel. Malachi 3 und dort ab Vers 19. Malachi 3 und dort ab Vers 19. Das sind mit die letzten Verse im Alten Testament. Malachi 3 ab Vers 19. Da kann man vom Kontext her sehen, dass es sich explizit um die Zeit nach den tausend Jahren handelt. Warum? Vers 19 sagt, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher an, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Es gibt nur eine Stelle in der Geschichte, wo das passieren wird, nämlich nach den tausend Jahren, wenn wie Offenbarung 20 sagt, Feuer vom Himmel fällt und die Gesetzlosen vernichtet und sie dann auch tatsächlich verbrennen und nicht eine Ewigkeit, eine Hölle schmoren, wie man Menschen glauben. Es steht definitiv, es wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Und jetzt in diesem Kontext, nach den tausend Jahren heißt es, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und was wird unter ihren Flügeln sein? Heilung. Nach den tausend Jahren. Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen. Und was steht jetzt bei ihnen in der Bibel? Umherspringen oder hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Haben Sie es schon mal gelesen und sich gefragt, ja, was wird denn das? Werden wir da alle auf der Erde hüpfen? So könnte man denken, nicht wahr? Das Interessante ist, das hebräische Wort Push, was an dieser Stelle steht, kann auch übersetzt werden, wachsen. Dann geht es also, man sieht die Parallele, warum das hebräische Wort beides bedeuten kann. Nicht hüpfen und wachsen, weil auch beim Hüpfen wird man größer, nicht wahr? Nur das Hüpfen bedeutet, man kommt wie auf die Erde zurück und beim Wachsen wächst man tatsächlich. Und einige der besten Bibelübersetzungen, zum Beispiel die King James im Englischen, übersetzen hier auch mit wachsen. Das heißt, die Heilung hat zu tun damit, dass wir wachsen werden und das führt uns zu einem interessanten Gedanken. Denn wenn Sie mal durch die Mühe gemacht haben, die ersten Kapitel der Bibel zu lesen, ist Ihnen aufgefallen, dass in den ersten Kapiteln der Bibel die Menschen sehr, sehr viel älter geworden sind. Es ist doch keine Seltenheit, dass ein Mensch über 900 Jahre alt wird. Und auch dann im Laufe der Zeit werden die Menschen immer noch relativ alt. Und erst so nach Hunderten von Jahren, nach vielen Jahrhunderten, pekelt sich das ungefähr so auf dem Niveau ein, das wir heute kennen. Es scheint so zu sein, und ich denke, das ist auch sehr sinnvoll anzunehmen, wenn man sich Ausgrabungen ansieht, die gemacht worden sind, dass Menschen zu einem frühen Zeitpunkt unserer Erde sehr viel größer gewesen sind. Nicht nur sehr viel älter geworden sind, sondern aufgrund der höheren Lebenskraft auch sehr viel größer geworden sind. Man kann sich das praktisch so vorstellen, wenn dann Adam auferstehen wird. Und dann werden wir daneben ihm stehen vielleicht. Dann stehen Adam und Noah und Henoch nicht, der ist schon im Himmel. Aber einige andere, Abel zum Beispiel, dann werden wir ihnen nicht auf Augenhöhe begegnen. Wir werden schauen und sagen, hallo, Adam, wie geht es da um? Und er wird auf uns herabblicken und wird sich natürlich freuen, dass wir auch mit dabei sind auf der neuen Erde. Wird aber mit einem wehmütigen Blick auch sehen, was die Sünde alles angerichtet hat. Die Sünde hat nicht nur dazu geführt, dass Menschen sich gestritten haben, sondern dass auch so viel Lebenskraft immer mehr verloren gegangen ist, durch die vielen Krankheiten, dass die Menschen nicht nur sehr viel jünger wurden, bevor sie gestorben sind, sondern auch kleiner. Und die Bibel sagt, die Heilung in den Blättern dient dazu, dass wir wachsen werden. Das heißt, nach einiger Zeit, das wird ein bisschen dauern, werden wir Schritt für Schritt wachsen, wachsen. Und so stelle ich mir das vor, irgendwann werden wir dann Adam eingeholt haben. Und freuen Sie sich schon darauf, dass Sie ein bisschen größer sein werden? Genau, das ist ein interessanter Gedanke, oder? Gut. Vielen Dank, Christopher. Also Sie sehen, es lohnt sich, Fragen zu stellen, denn wir können alle davon profitieren und lernen. Deswegen der Ansporn, wenn Sie Fragen haben, während unseres Vortrags heute, trauen Sie sich, stellen Sie Ihre Fragen, wir werden versuchen, sie zu beantworten. Ich möchte mich jetzt noch bedanken, dass Sie Ihre Handys nachher einschalten werden, damit wir ungestört den Vortrag verfolgen können. Aber wie gewohnt wollen wir, wie jeden Abend, wenn wir hier sind, das Motto-Lied singen aus dem Wir loben Gott, die Nummer 593. Und ich bitte die Gäste, die hier sind, bei uns dazu aufzustehen. Samuel, Samuel, Ariel, Ariel, Martha, Martha, Jerusalem, Jerusalem und heute Simon, Simon. Und wir haben vielleicht auch sehen können, und wir werden das im Laufe dieses Wochenendes dann alles zusammenbringen, wie diese zehn scheinbar nicht großartig miteinander verbundenen Geschichten trotzdem einen gemeinsamen roten Faden sogar noch haben, der vor allem uns ansprechen soll. Simon, Simon. Der Name Simon kommt von einem hebräischen Wort. Kann jemand raten, welcher hebräische Name vermutlich für Simon steht? Es gibt einen ganz bekannten hebräischen Namen, den einer der zwölf Söhne Jakobs gehabt hat. Sie? Simeon, ganz genau. Und wenn wir einmal nachschauen wollen, was Simeon bedeutet, dann können wir in 1. Mose 29 eine Antwort finden. In 1. Mose 29 und dort Vers 32. 1. Mose 29 und dort Vers 32. Verzeihung, Vers 33 muss es natürlich sein. Vers 33. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben und sie gab ihm den Namen Simeon. Und Simeon bedeutet so viel wie Erhörung. Gott hat gehört. Es kommt von dem Wort hören. Was für ein passender Name in einer Serie, die heißt, wenn Gott zweimal ruft. Simeon, Simon. Gott hört oder ich höre auf Gott. Die Erhörung. Dieser Simon, von dem wir heute hören wollen, wuchs auf inmitten von Netzen. Inmitten von Fischgestank. Er wuchs auf in einem Fischerdorf. Alle seine Nachbarn waren Fischer. Das Dorf selbst hieß Bethsaida und Bethsaida heißt übersetzt das Haus der Fische. Er wuchs auf in einem Dorf, das hieß das Haus der Fische. Alle seine Nachbarn waren auch Fischer und sein Vater hieß zu allem Überfluss auch noch Jona. Und Jona ist die alttestamentliche Geschichte, die zu tun hat mit einem Fisch. Und es war wohl kein großes Wunder, dass unter diesen Gegebenheiten er sich welchen Beruf ausgesucht hat. Ein Fischer. Er wurde ein Fischer. Und er lebte in einem Gebiet in Palästina, das man Galiläa nannte. Und Galiläa kommt schon im Alten Testament vor. Und zwar in Jesaja 8. In Jesaja 8. Und dort Vers 23. Vers 23. Jesaja 8, Vers 23. Dort heißt es. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali ringgemachte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja Moment mal, wo kommt jetzt Galiläa vor? Das hebräische Wort Gebiet der Heiden heißt übersetzt, oder heißt im Hebräischen Gelil Hagoim. Und daraus leitet sich dann später das Galiläa ab. Das Gebiet der Heiden. Galiläa bedeutet das Gebiet der Heiden. Wir können das verstehen, noch besser verstehen, wenn wir sehen, wie dieser Vers, Jesaja 8, Vers 23, im Neuen Testament zitiert wird. Und zwar in Matthäus 4, Vers 15. Matthäus 4 und dort Vers 15. Und da zitiert der Matthäus genau diesen Vers aus Jesaja 8, Vers 23, das Gebiet der Heiden. Und hier in Matthäus 4, Vers 15 heißt es, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, gemeint ist der See Genezareth, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Gebiet der Heiden. Das heißt, Simon, von seinem Namen her wird deutlich, seine Mutter, sein Vater müssen offensichtlich die Bibel gekannt haben. Sie müssen gläubig gewesen sein. Denn sie nannten ihren Sohn in Anlehnung an einen der zwölf Patriarchen, in Anlehnung an einen der zwölf Stammesväter. Aber das Gebiet, in dem sie lebten, war längst nicht mehr rein israelitisch. Es war durchsetzt von vielen Heiden, von verschiedenartigen Einflüssen. Und schon Jesaja hatte vorausgesehen, dass dies ein besonders finsteres Land sein würde. Eine besondere, finstere Umgebung. Dieser Simon ist also durch seine Tradition und durch seine Herkunft verbunden mit dem Glauben der Bibel. Aber die Umstände sind äußerst düster in seiner Heimatstadt. Und das Leben eines Fischers ist nun auch mal kein Zuckerschlecken, oder? Ein rauer Mann. Und wie wir noch sehen werden, jemand, der besonders vorlaut gewesen ist. Simon, ein ganz gewöhnlicher Schicht, ein ganz gewöhnlicher Mann der Unterschicht, der einfachen Leute, kräftig, wahrscheinlich ein bisschen muskulös, immer ein derben Spruch auf den Lippen und irgendwie irgendwo schon noch verbunden mit der Bibel, so traditionell. Er hatte einen Bruder. Und sein Bruder hieß Andreas. Andreas hat übrigens auch eine interessante Bedeutung. Andreas heißt männlich. Männlich. Nun, ist interessant, einen Bruder zu haben, dessen Bedeutung männlich ist, oder? Und dieser Bruder Andreas spielt eine besondere Bedeutung im Leben des Johannes. Wir können mal einmal gemeinsam, äh, des, Simon, verzeihung. Wir gehen nach Johannes, vielmehr. Johannes 1. In Johannes 1 und dort Vers 40. Johannes 1 und dort Vers 40. Johannes 1 und dort Vers 40. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Noch bevor Simon von irgendetwas mitbekommen hatte, war sein Bruder bereits informiert. Sein Bruder hatte da was gehört. Sein Bruder hatte einem Ruf gefolgt. Sein Bruder hatte eine Veranstaltung besucht, so wie Sie auch heute eine Veranstaltung besuchen oder zuschauen, und hatte von einem Prediger etwas gehört. Was hatte Andreas gehört? Eine sehr einfache und doch ziemlich erstaunliche Botschaft. Die Botschaft, die dieser Andreas gehört hatte, wahrscheinlich nicht über den Livestream, denn den gab es noch nicht, aber durch einen Prediger war in Vers 29 die gewesen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und Andreas hatte diese Botschaft gehört und hatte dann die Person gesehen, auf die dieser Prediger, Johannes, der Täufer, gezeigt hatte und indem er noch einmal bekräftigte, siehe, das ist das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, hatte sich Andreas, der Bruder von Simon, dazu entschieden, mal diesen besonderen Menschen aufzusuchen. In Vers 37 lesen wir, und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Vers 38, Und es heißt dann, dass sie einen ganzen Tag mit Jesus verbracht haben. Wer von uns hat schon mal einen ganzen Tag mit Jesus verbracht? Offensichtlich nicht persönlich, nicht wahr? Aber so mal einen ganzen Tag sich nur für die Bibel Zeit genommen. Ich meine, wir können das nicht immer, wir haben unser Studium, unser Beruf, unseren Alltag, aber wenn man sich mal wirklich einen ganzen Tag mit Jesus Zeit genommen hat, ist man so gefüllt, man kann gar nicht anders als irgendjemand davon erzählen, nicht wahr? Und so kommt Johannes zurück, habe ich jetzt Johannes gesagt? Ich meinte allerdings, wen? Andreas, genau, Sie haben gut aufgepasst. Andreas, so kommt Andreas zurück nach Hause und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was ich erlebt habe. In Vers 40 heißt es, Andreas, der Bruder, in Vers 41, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Jetzt, wir haben das wahrscheinlich schon oft gelesen, wir haben den Messias gefunden, der Name Messias sagt uns einiges und wir sind bekannt damit, aber diese Aussage zu jener Zeit war eine Bombe. Wir müssen verstehen, dass es Prophezeiungen gab im Judentum aus Daniel 9, die da vorhergesagt hatten, dass 490 Jahre ab einem bestimmten Datum, nämlich ab dem Datum Jerusalem wieder aufzubauen, weiß noch jemand aus der Frage- und Antwortzeit, welches Datum das war? 447 vor Christus. Dass 490 Jahre später der Maschach, der Messias kommen würde, der Gesalbte. Und so kann man sich vorstellen, dass viele Menschen damals, die auch nur ein bisschen in der Bibel studiert haben, sich die Frage gestellt haben, könnte das jetzt die Zeit nicht sein? Man konnte ungefähr zurückrechnen, wann Jerusalem wieder aufgebaut worden war. Und man wusste, jetzt um diese Zeit, irgendwer muss der Messias sein. Alle waren verrückt nach dem Messias, der, wie man meinte, kommen würde und endlich die Römer vertreiben würde. Den Messias finden, das war die Aufgabe von vielen verschiedenen Konfessionen und Gruppierungen und Kirchen innerhalb des Judentums. Und da kommt der Bruder von Simon und sagt, du, wir haben ihn gefunden. Wir haben die Antwort. Ist schon mal zu Ihnen, ist schon mal zu dir, einer deiner engsten Verwandten gekommen und gesagt, ich habe die Antwort. Ich habe die Antwort. Gibt es jemanden, der zu Jesus gefunden hat, weil einer seiner Verwandten oder einer seiner besten Freunde ihn zu Jesus geführt hat? Unter uns? Da gibt es einige, oder? Können wir uns erinnern, wie das war, als zum ersten Mal jemand gesagt hat zu uns, ich habe die Antwort gefunden. Ich habe den Messias gefunden. Ich habe die Lösung für mein Leben gefunden. Vielleicht sind wir auch so ein Andreas gewesen und sind zu unserem Bruder oder zu unserer Schwester, zu unserem Vater, zu unserem Kind gegangen und haben gesagt, wir haben etwas gefunden, das musst du auch haben. Übrigens, nur kleine Nebenbemerkungen, wir sprechen heute über Simon und nicht über Andreas, aber Andreas, einer der weniger bekannten Jünger in der Bibel, hat eine interessante Eigenschaft. Wenn ihr mal ein interessantes Studium machen wollt, schlagt eine Konkordanz auf und sucht alle Vorkommen von Andreas. Sind nicht viele, kann man in einer halben Stunde 20 Minuten gemacht haben. Und jedes Mal, wenn Andreas in der Bibel vorkommt, hat er genau eine Sache zu tun. Er bringt immer eine Person zu Jesus. Es gibt andere Jünger, die stehen dann später da und predigen zu Zehntausenden. Aber Andreas bringt immer eine Person zu Jesus. Seinen Bruder oder dann später ein paar Griechen. Immer eine Person zu Jesus. Interessanter Punkt. Klammer zu. Nun, wir wissen nicht genau, was Simon gemacht hat, ob er gerade wieder ein Netz gepflegt hat, ob er die Fische sortiert hat, die Großen und die Kleinen oder wieder einen derben Witz gelassen hat. Plötzlich kommt der Andreas, tippt ihm auf die Schulter und sagt, du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Ich habe den Messias gefunden. Den, auf den alle warten. Die Pharisäer und die Sadduzeer und die Zeloten und die Essener und all die großen Kirchen und ich habe ihn gefunden und noch eine andere Person. Aber Simon war nicht besonders kritisch und hat gesagt, naja, mein Bruder ist halt ein guter Bruder. Schauen wir uns einfach mal das Ganze selbst an. Ich kann mir vorstellen, dass es manche gegeben hätte unter uns, die gesagt haben, naja, du schon wieder. Du glaubst doch nicht ernsthaft das ausgerechnet du, du armseliger Fischer, so wie ich, das ausgerechnet du den Messias gefunden hast, den all die anderen bisher noch nicht gefunden haben. Könnten wir uns vorstellen, dass wir vielleicht so reagiert hätten? Wenn unser Bruder, unsere Mutter, unser Onkel behauptet, ich habe die Lösung in der Bibel gefunden, nach der alle Kirchen bisher gesucht haben. Du? Aber Simon ist nicht so hochintellektuell, dass er das alles in Frage stellt. Simon ist ein Mann der Tat und Simon sagt, na gut, schaue ich mir selber an. Und er geht nun zu diesem Menschen. Vers 42 und er führte, also Andreas, führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn, du sollst Käfers heißen. Simon kommt, wahrscheinlich mit Händen in den Hosentaschen und fragt, wer bist du nicht? Er kommt und möchte sehen, wer dieser Jesus ist, aber bevor er auch nur sagen kann, hallo, ich bin der Petrus, äh, verzeihung, ich bin der Simon, ähm, ich bin hier der beste Fischer im Dorf, bevor er noch ein Wort sagen kann, sagt Jesus zu ihm, du bist Simon, Sohn des Jona, ab jetzt wirst du Käfers heißen. Noch bevor er sich vorstellen kann, noch bevor er irgendetwas über sich sagen kann, weiß Jesus schon alles. Er weiß, wie er heißt, er weiß, wo er herkommt, er kennt seine ganze Geschichte. Noch bevor wir zum allerersten Mal zu Jesus gekommen sind, kannte Jesus alles von uns. Alles. Alle unsere Freuden, alle unsere peinlichen Situationen, die wir selbst gern vergessen würden, alle unsere Unfälle, die wir in unserem Leben gebaut haben, alle Sünden, einfach alles. Er weiß es schon. Ich glaube, der, der, ich sage immer schon Petrus, der Simon, dem stand wahrscheinlich die Kinnlade offen, oder? Du kennst mich. Du kennst mich. Aber nicht nur das, nicht nur sagt Jesus, ich weiß alles von dir. Er sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Du wirst Käfers heißen. Und Käfers heißt übersetzt, der Stein. Da haben wir später noch zu kommen. Wenn wir zu Jesus kommen, dürfen wir sicher sein, Jesus weiß alles. Es macht überhaupt keinen Sinn. Allein diese Geschichte beweist, es macht keinen Sinn, irgendetwas Jesus vorzuspielen. Macht keinen Sinn. Er weiß es sowieso, okay? Er weiß es sowieso, noch bevor wir irgendwelche Entschuldigungen vorbringen können. Jesus weiß, wer du bist. Er weiß wahrscheinlich sogar noch mehr von dir, als du selbst. Nicht nur wahrscheinlich, es ist so. Aber im gleichen Moment bietet Jesus dir eine neue Identität an. Du wirst Käfers heißen. Ich glaube, Simon, und ab jetzt kann ich auch Petrus sagen, denn das heißt ja Käfers, war ganz schön baff. An diesen Menschen ist irgendetwas anders. Kein Mensch kennt mich so gut wie dieser Jesus und kein Mensch hat bisher es geschafft, mir eine völlig neue Perspektive zu geben. Und so entscheidet er sich, neben seinem Beruf als Fischer immer wieder auch Zeit zu verbringen mit Jesus. Immer mal wieder mit ihm zu gehen. Er wird eingeladen, mit ihm auf eine Hochzeit zu gehen. Er wird eingeladen, mit ihm nach Jerusalem zu gehen, zum Passafest. Und er lebt die erstaunlichsten Dinge. Er lebt, wie Jesus die Wechsel aus dem Tempel treibt. Er erlebt, wie Jesus krank geheilt. Er erlebt, wie Jesus Wunder tut und er ist immer mehr begeistert. Vielleicht können wir uns erinnern, wie das war am Anfang, als wir Jesus kennengelernt haben. Als wir gemerkt haben, Jesus kennt uns. Als wir gemerkt haben, Jesus gibt unserem Leben eine neue Richtung und als wir gemerkt haben, Jesus tut große Dinge. Können wir uns daran erinnern? Vielleicht ist es noch ganz frisch, vielleicht ist es schon 50 Jahre her, aber ich glaube, jeder von uns kann sich daran erinnern, wie es war, als wir die ersten Schritte mit Jesus gemacht haben. Noch unsicher, noch wackelig, aber mit Staunen, nicht wahr? Einige Zeit später, über ein Jahr später, passiert etwas Interessantes. In Lukas 5 und dort ab Vers 1. Lukas 5 und dort ab Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Wieder einmal war Jesus auf Besuch da gewesen. Er hielt eine Predigt und während er eine Predigt hielt und aus Jesaja predigte vielleicht und aus Daniel und ich weiß nicht, woher sonst noch, saß Simon daneben und wusch sein Netz, nicht wahr? Und hörte so zu, interessiert, ja, das ist einer, das ist mein Lehrer, nicht wahr? Der Jesus. Es heißt dann, in Vers 3, der sticke an eines der Schiffe, dass wem gehörte das? Simon gehörte und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte und leerte die Volkshermenge vom Schiff. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Jesus, es ist ja alles schön und gut. Du bist ein Meister darin, Jesaja auszulegen. Niemand kann die Prophezeiung von Malachi und Sahaja so wunderbar erklären wie du und wie du Wunder tust und Menschen heilst und ihnen Hoffnung gibst. Das ist wirklich fantastisch. Aber Jesus, ich bin Fischer. Du bist allerhöchstens Zimmermann. Ich habe Ahnung, wie man Fische fängt. Jesus, fusch mir nicht ins Handwerk, okay? Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber in einem Moment kommt dir der Gedanke, Jesus weiß alles. Auf deinen Wort hin. Auf deinen Wort hin will ich das Netz ausüften. Es macht keinen Sinn. Können wir uns vorstellen, was für eine Erniedrigung, es eben für den Stolz des Petrus, für den Stolz des Simon gewesen ist, etwas zu tun, was völlig gegen alles ist, was er selbst gelernt hat? Ein Beispiel. Für mich, als jemand, der von Biologie keine Ahnung hat, ist es einfach, 1. Mose 1 zu lesen, oder? Steht da, Gott sprach, es geschah. Für jemanden, der Biologie studiert hat, ist es schon eine größere Hürde, oder? Es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da bedeutet es, Jesus zu folgen, genau gegen das zu gehen, was ich gelernt habe, von dem ich überzeugt bin und von dem ich genau weiß oder glaube zu wissen, das ist das Richtige ist. Wunderbar, Jesus zu folgen, wenn er einfach Menschen heilt und große Dinge tut, nicht wahr? Aber manchmal sagt er, tu genau das. Und ich stelle fest, was Jesus von mir verlangt, ist genau das Gegenteil von dem, was ich für richtig finde und was ich bisher immer verteidigt habe und so wie ich es gelernt habe. Ich bin ja der Meister, oder? Gegen die Logik, ganz genau. Vers 6 Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die in anderen Schiffen waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Wow. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus sah, was Gott kann und als er sah, wie wenig er sich auf seinen eigenen Verstand verlassen kann, fiel er auf seine Knie. Das ist so interessant, denn er fällt auf seine Knie, was bedeutet, ich liebe dich, ja? Ich bete dich an. Und gleichzeitig sagt er, geh weg von mir. Und es scheint fast so zu sein, als würde ihn, ich stelle mir das im Geiste so vor, wie er sagt, geh weg von mir und hält ihn gleichzeitig fest an seinen Knie. Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erkennt, dass er sich nicht auf sich selbst verlassen kann. War das ein Fortschritt im geistlichen Sinne für diesen Simon? Ein Fortschritt. Eine echte Bekehrung. Und Jesus hat einen Ruf an ihnen. In Vers 11 heißt es, Verzeihung, Vers 10, Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen, wie viel? Sie verließen alles und folgten ihm nach. Manchmal haben wir das gelesen und denken, naja, Jesus kommt da einfach an den See Genezareth, sieht da vier Jungs und sagt, folg mir nach. Nein, es waren Menschen, die schon über ein Jahr Jesus kannten, immer mit ihm gearbeitet haben, aber immer noch nebenbei ihre Fischarbeit gemacht haben. Bis Jesus zu dem Punkt kommt und sagt, weißt du was, auch von der Fischerei habe ich mehr Ahnung als du. Und das, was du als Fischer kannst, könntest du noch viel besser im Werk Gottes tun. und ich rufe dich. Ich rufe dich. Und sie verließen alles. Ein Fortschritt? Ein Fortschritt. Sehen wir, wie Schritt für Schritt Simon immer mehr Schritte aufwärts tut? Aber nicht nur das. In Markus 1, übrigens, das ist ein sehr tröstlicher Punkt jetzt, in Markus 1 und dort Vers 29, da heißt es uns, sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Das ist jetzt nach diesem Ruf, nachdem Jesus ihm gesagt hat, verlass alles und folge mir nach. Simon hat alles verlassen, hat alles stehen und liegen lassen und hat sein ganzes Leben Jesus gewidmet. Aber weil er das getan hat, kam er trotzdem mit Jesus immer wieder nach Hause. Wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass wenn ich alles Jesus übergebe und alles ihm auf den Altar lege, dass ich dann für immer getrennt bin von meinen Lieben. Nicht wahr? Sondern Jesus bringt mich wieder nach Hause. Immer dann, wenn es notwendig ist. In diesem Fall war die Schwiegermutter krank und es heißt dann im Rest der Geschichte, wir können das dann zu Hause lesen, dass Jesus sie geheilt hat. Das heißt, Jesus zeigt dem Simon Schritt für Schritt, was es bedeutet, ihm zu vertrauen. Zunächst erstmal auf wackeligen Füßen und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann kommt der nächste Schritt. In Matthäus 10, Vers 1. In Matthäus 10 und dort Vers 1 heißt es, Matthäus 10, Vers 1. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas. Und dann geht die ganze Liste. Und ich habe nachgeschaut, in jedem Evangelium steht Simon als Erster. In jedem. Es scheint so zu sein, dass von Anfang an Simon eine besondere Rolle unter den Aposteln gespielt hat. Er war von Anfang an, stand er in allen Listen als der Erste. Simon hat alles aufgegeben. Und Simon wurde von Jesus sehr geehrt. Ist es ein Fortschritt auf der Leiter, der geistlichen Leiter, Apostel zu werden? Für Jesus? Also halten wir fest, was bisher passiert ist. Er ist ein rauer Fischer. Er hört von Jesus. Er kommt zu Jesus. Jesus gibt ihm eine neue Identität. Er folgt Jesus ab und zu nach. Dann folgt er Jesus vollständig nach. Und dann beruft Jesus ihn zu einem wichtigen, großen Amt. Schritt für Schritt macht er Fortschritte im Leben, im geistlichen Leben. Simon ist auf einem guten Weg. Auf einem sehr, sehr guten Weg. Und manchmal, wenn wir so auf einem guten Weg sind und Schritt für Schritt vorangehen, dann testet uns Gott, oder? Er möchte sehen, ist dein Glaube belastbar? Ist er vorbereitet auch auf die Krisen des Lebens? Und Jesus erlaubt jetzt, dass auch der Simon in so eine Situation kommt mit den anderen Jüngern. Wir lesen es in Johannes 6 und wir gehen hier in diesem Studium recht chronologisch vor. In Johannes 6 ist es wiederum ungefähr ein Jahr nach seiner Berufung zum Vollzeitmissionar. Johannes 6 Da passiert es, dass Jesus vor Tausenden von Menschen predigt. Tausenden von Menschen und eine Predigt hält, die so gut ist, dass ca. 98,9% den Raum verlassen. So biblisch, so geisterfüllt, dass die meisten es nicht ertragen können. Vers 60 Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Vers 64 Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Vers 65 Er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Vers 66 Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wenn jetzt in diesem Moment einige hier aufstehen würden, würden sagen, was für ein harter Vortrag, was für eine furchtbare Rede und würden wutentbrannt hinauslaufen und du allein würdest sitzen bleiben. Würdest du bleiben? Nun, ich möchte mich nicht mit Jesus vergleichen, okay? Aber wir können uns das Bild vorstellen, wenn alle, die vorher noch ganz interessiert waren, plötzlich dagegen sind und schimpfen und meckern und weglaufen. Wenn sich Tausende wie eine Horde in Bewegung setzen und du alleine übrig bleibst mit so zwei, drei, vier, fünf, sechs anderen Hanseln, dann erfordert das echte Überzeugung, oder? Echte Überzeugung. Und Jesus stellt ihnen eine Frage, dem Simon und seinen Freunden. Er sagt zu ihnen, Vers 67 Wollt ihr nicht auch weggehen? Hier ist die Tür. Wollt ihr gehen? Wie wäre das, wenn Jesus zu dir sagt, möchtest du mich wieder verlassen? Du kannst gehen. Möchtest du? Schau, die meisten Menschen verlassen mich wieder. Die meisten Menschen sind zwar interessiert, wenn es ihnen gut geht, aber wenn es ihnen schlecht geht, verlassen sie mich wieder. Wenn es, wenn die Botschaft, die sie hören, ihnen schmeichelt, sind sie interessiert. Wenn einer ihrer Götzen angesprochen wird, gehen sie wieder zurück. Wenn die Botschaft ihre versteckten Sünden aufdeckt, dann ziehen sie sich zurück. Du kannst auch gehen. Möchtest du? Möchtest du gehen? Aber Simon sagt in Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Ich habe alles aufgegeben. Wir sind Schritt für Schritt dir gefolgt. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Selbst als ihn fast alle verlassen, kann Simon sagen, wir haben geglaubt und erkannt. Wir wissen nicht, zu wem wir gehen sollen. Du hast Worte des ewigen Lebens, was du zu uns gesagt hast. Das ist wichtiger als die Meinung der ganzen Welt. Kannst du heute, wenn Jesus dich heute fragen würde, könntest du sagen, das, was Jesus mir in seinem Wort gezeigt hat, ist mir wichtiger als alles andere in der Welt. Könntest du das sagen? Das war das geistliche Niveau, das Simon erreicht hatte. Er konnte sagen, alles in der Welt ist mir egal. Die Worte, die du hast und wenn ich meine besten Freunde verliere, die Worte, die du hast, sind mir so wertvoll. Ich bleibe bei dir. Gruppendruck hin oder Gruppendruck her. War das ein geistlicher Fortschritt? Ein enormer geistlicher Fortschritt. Simon war der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus guckt ihn an mit großen Augen und sagt, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Wann hat Jesus das letzte Mal Simon, Sohn des Jona gesagt? Beim Kennenlernen, da hat er gesagt, du bist Simon, Sohn des Jona und ich werde dich Käfers nennen. Und jetzt sagt er zu ihm, nachdem Simon über die Jahre hinweg einen positiven Schritt nach dem anderen gemacht hat, immer weiter gewachsen ist im Glauben, sagt er zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut, das heißt, Fleisch und Blut steht für Menschen, nicht wahr? Kein Mensch hat dir das erklärt. Das hast du nicht auf einer Pharisäerschule gelernt, das hast du nicht im theologischen Programm gelernt, das ist dir nicht in der Schule erzählt worden, das hat dir wirklich der Heilige Geist gezeigt. Ist das, was du von Jesus glaubst, ist das wirklich das, was Gott dir gezeigt hat oder ist es nur das, was du von deinem Prediger gelernt hast, was dir erzählt worden ist in der Kindersabbatschule? Ist dir das, was du von Jesus glaubst, von Fleisch und Blut offenbart worden oder wirklich von Gott? Jesus konnte mit gutem Gewissen dem Simon sagen, was du glaubst, dein Glaubensbekenntnis, deine Hoffnung, gründet sich wirklich auf eine echte Erfahrung mit Gott. In dem, was du gesagt hast, denkst du nicht menschlich, sondern so wie Gott. Vers 18 und ich sage dir auch, du bist Petrus. Wir sehen die Parallele, nicht wahr? Am Anfang seiner Berufung, du bist Simon, Sohn des Jonah, ich will dich Käfers nennen. Jetzt auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Entwicklung sagt er zu ihm, du bist Simon, Sohn des Jonah, aber du bist Petrus und Petrus heißt nochmal was? Nicht Felsen, Stein. Und es war ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Ein Kieselstein. Aber ein Stein. Du bist Petrus und jetzt kommt's. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jetzt das Wort, was dort steht, ist nicht Petrus, sondern Petra. Das ist nicht die weibliche Form von Petrus, sondern mein tatsächlich Felsen. Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Stein, der Kieselstein und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jetzt, welchen Felsen hatte Jesus im Hinterkopf? Welchen Felsen? Wer ist der Felsen? Jesus, definitiv. Wir können das anschauen in 1. Korinther 10. Ganz kurz, 1. Korinther 10 und dort Vers 4. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 4, Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Halten wir fest. Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Petra und übrigens hier in 1. Korinther 10 steht das gleiche Wort Petra. Es steht genau das gleiche Wort wie in Matthäus 16. Auf diesen Petra, auf das Bekenntnis, nicht wahr, des Christus. Nun, gehen wir zurück zu Matthäus 16 und beobachten etwas sehr, sehr Spannendes. Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus, Vers 18, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und jetzt schaut in Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Petrus eine geistliche Entwicklung gemacht, die immer weiter nach oben geht. Oben, 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 oben. Und ab dem Zeitpunkt, als Jesus sich sicher sein konnte, dass er wirklich eine lebendige Beziehung zu Jesus hat, hat er gesagt, okay, jetzt seid ihr bereit. Jetzt kann ich es euch sagen. Die Hoffnung, die ihr habt, es kommt eine Krise, eine echte Krise, eine wirklich enorme Krise. Jetzt seid ihr bereit. Ich kann es euch sagen. Eine Krise kommt auf euch zu. Vers 22. Da nahm Petrus ihn beiseite, fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Moment mal. Jesus? Bist du dir sicher, was du gesagt hast? Ich kann mir vorstellen, wie Petrus, Jesus, das, das muss nicht unbedingt passieren. Nicht wahr? Jesus, wir haben dich so lieb, wir passen schon auf dich auf, wir sind starke Fischer. Schone dich. Das widerfahre dir nicht. Was jetzt passiert, ist eine der interessantesten Satzstellungen in der ganzen, ganzen Neuen Testament. Da nahm Petrus ihn beiseite, nicht wahr? Das heißt, Jesus nimmt ihn beiseite, er nimmt ihn von den Jüngern hinweg und sagt, du Jesus, du pass mal auf. Muss nicht unbedingt sein, wir passen auf dich auf. Und dann sagt die Bibel in Vers 23, er, Jesus, der ihm zuhört, wandte sich um. Und es heißt weiter, und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Petrus nimmt den Jesus beiseite, schaut ihn an. Jesus, das widerfahre dir noch nicht. Jesus guckt ihn an, dreht sich um, dreht ihm den Rücken zu und spricht zu ihm, aber in die andere Richtung. Satan. Weiche von mir, Satan. Denn du denkst nicht menschlich, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Können wir uns vorstellen, wie es Petrus ging in dem Moment? Er nimmt Jesus beiseite, seinen geliebten Lehrer, das widerfahre dir noch nicht. Jesus dreht sich um, schaut in die andere Richtung und sagt, weiche von mir, Satan. Wie hätten wir uns gefühlt in diesem Moment? Ich wollte nur was Gutes dir, Jesus, sagen. Ich wollte nur was, ich wollte dir nur helfen. Aber Jesus guckt mich nicht mal an. Er guckt in die andere Richtung und mir wird als Simon offensichtlich deutlich, hey, Moment mal, ich habe was gesagt, das war gerade eine ganz große Katastrophe. Aber Jesus schaut nicht direkt zu mir und sagt, weiche Satan, sondern er schaut genau in die andere Richtung und mir wird deutlich, da ist jemand anders, der mich gerade benutzt hat, nämlich Satan. weil ich nämlich nicht wie eben gerade noch göttlich gedacht habe, sondern einfach plötzlich menschlich. In dem Moment, wo er seinen höchsten geistlichen Punkt erreicht, fängt er an, nicht weiter geistlich zu denken, sondern menschlich und das benutzt Satan, um den ersten Stich zu setzen. Aber als Petrus dort steht, Jesus neben ihm und Jesus schaut in die andere Richtung, da wird ihm auch deutlich, zwischen Satan und mir da steht noch jemand, oder? Da steht Jesus, der steht noch da und er schaut in die andere Richtung und sagt, weiche Satan, lass meinen Petrus in Ruhe. Weiche, lass ihn in Ruhe. Und ich glaube, Petrus hat ein bisschen gezittert, oder? Eben gerade noch das große Bekenntnis gegeben, eben gerade noch von Jesus gelobt und plötzlich, nur eine Sekunde später, ein Instrument des Satans. Könnte es sein, dass wir manchmal himmelhoch jauchzend mit Gott im reinsten sind und im nächsten Moment etwas für Satan tun, ohne es zu wissen, weil wir nicht göttlich denken, sondern menschlich. Jesus versucht ihm deutlich zu machen, Petrus, du verstehst noch nicht die Prophetie. Kapitel 17 Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Können wir uns das vorstellen? Dieser arme Fischer dort auf dem Berg und plötzlich sein Lehrer verwandelt sich in gleichendes helles Licht. Und die Bibel macht deutlich, dass diese Verwandlung ein Vorschatten von dem war, wie Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und dann kommen da Mose und Elia leibhaftig und reden. und Petrus steht da und ihm fällt nichts ein, was er sagen sollte und dann beginnt er etwas zu sagen wie, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Die eine, Mose eine und Elia eine. Er weiß gar nicht, was er sagen soll und labert auf gut Deutsch irgendetwas, was zur Situation überhaupt nicht passt. Denn, Verzeihung, Mose und Elia brauchen keine Hütten auf dem Berg. Sie haben ein wunderbares Haus dort oben in Neu-Jerusalem. Sie brauchen keine Hütte auf dem Berg. Simon ist mit der Situation völlig überfordert. Er versteht die Helligkeit Gottes nicht. In Matthäus 16 versteht er den Prophetie nicht. In Matthäus 17 versteht er die Helligkeit Gottes nicht. Sind das Fortschritte oder Rückschritte? Kleine, aber feine Rückschritte. Kleine, aber feine Rückschritte. Nun, Johannes 13, einige Monate später. Das Passer steht an. Das vierte Passer mit Jesus. Johannes 13 und dort ab Vers 4. Sie sitzen alle am Tisch, warten, dass das Passerlamm gebracht wird und dann passiert etwas, was sich Simon Petrus überhaupt nicht erklären kann. Jesus heißt es in Vers 4, stand formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Simon sitzt dort und sieht, wie der berühmte Rabbi, der Lehrer, der so viel diskutiert ist, zu dem sie stehen, wie eine Eiche, nicht wahr? Der fängt an, die niedrigste Sklavenarbeit zu tun und er wäscht dem Andreas die Füße und dem Johannes und dem Zebedeus und all den verschiedenen Jüngern. Simon fragt sich, was soll denn das? Das passt doch gar nicht zu einem König, der in wenigen Tagen zum großen König von ganz Judäa gekrönt wird und die Römer aus dem Land treibt. Jesus? So nicht. Vers 6. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäscht mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus sagt, okay, alles klar. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Es scheint so zu sein, wie jetzt von einer Geschichte zur nächsten Petrus immer weniger von Jesus versteht. immer weniger göttlich denkt und immer mehr menschlich denkt. Nun gut, Jesus, wenn es darum geht, dass ich Gemeinschaft mit dir habe, dann lass mich doch ganz waschen. Warum nur die Füße? Dann 100%. Vers 9, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, nein, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Es scheint so zu sein, dass Jesus immer mehr beobachtet, wie Petrus, nachdem er so viele Schritte aufwärts gemacht hat im Glauben, Schritt für Schritt sich immer weiter von Jesus entfernt, ohne, dass es ihm wirklich bewusst ist, lange, lange bevor er die erste Verleugnung ausspricht. Schaut, meistens denken wir von Petrus, naja, der war einfach nur ein bisschen spontan, hat immer drauf losgeplabert, aber war immer ein guter Kerl und er hatte einmal diesen Fehler gemacht, nicht wahr? In Wirklichkeit hat er eine lange Entwicklung, die positiv war und an einem bestimmten Punkt, ab dem Punkt, wo Jesus ihm sagt, du bist Petrus und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. fängt er an, menschlich zu denken und nicht mehr so wie Jesus. Immer mehr, von einer Geschichte zur nächsten. Könnte es sein, Frage, könnte es sein, dass Jesus diesen Satz, du bist Petra, du bist Petrus und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen, könnte es sein, dass er das falsch verstanden hat und dass ab diesem Zeitpunkt, wo er gehört hat, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dass er sich ein klein wenig selbst überschätzt hat und geglaubt hat, er ist der Felser. Er muss auf Jesus aufpassen. Denn ab genau ab diesem Zeitpunkt fängt er an, menschlich zu denken und nicht mehr göttlich. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Könnte es sein, dass manchmal wir in unserem Leben so viele Dinge mit Gott erleben, so wunderbar gesegnet sind, dass wir irgendwann es für eine Selbstverständlichkeit erachten, ja, dass wir vielleicht so weit gehen, dass wir glauben, ohne uns läuft nichts im Werk Gottes. Ohne uns läuft nichts in der Gemeinde. Wir sind absolut notwendig. Und dann kann schon mal vorkommen, dass wir Jesus korrigieren, oder? Dass wir sagen, naja, die Bibel ist schon ein schönes, gutes Buch, aber wenn wir es wirklich richtig machen wollen, müssen wir es ein bisschen anders machen. Genau das ist die Einstellung von Simon Petrus ab diesem Zeitpunkt. Könnte es sein, dass er sich ein bisschen zu wichtig nahm ab Matthäus 16 und Schritt für Schritt, Punkt für Punkt sich etwas von Jesus entfernt hat, ohne es zu merken. Johannes 13, Vers 36, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe? Dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Du willst dein Leben lassen? Manchmal, da sind wir so begeistert von unserem eigenen Glauben, oder? Da glauben wir, wir sind so tolle Christen. Wir sind vorbereitet auf die Krise, oder? Lass die Krise kommen, lass die Endzeitereignisse kommen, wir sind vorbereitet, wir wissen, was passiert und wir haben die Kontrolle, kein Problem. Jesus sagt, bist du dir sicher? Du willst dein Leben lassen? Jesus fragt dich heute, bist du dir sicher, dass du so gut vorbereitet bist? Stehst du wirklich so sicher, wie du dich selbst einschätzt? stehst du so sicher? In Matthäus 26 wird die gleiche Geschichte geschildert. Matthäus 26 und dort Vers 31 bis 35. Jesus versucht es ihnen aus der Bibel zu erklären. Er sagt, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anschluss nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich aufgeweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anschluss nehmen, so werde doch ich niemals Anschluss nehmen. Niemals. Und wenn sie alle abfallen werden am Ende der Zeit, wenn sie alle das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden, ich werde es niemals tun. Ich weiß ja, worum es geht. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott, hat er mir noch selbst offenbart. Mir kann das nicht passieren. Niemals. Weil ich bin so fest in der Bibel. Mit all dem, was ich weiß. In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Kommen wir jetzt zu Lukas 22. Die gleiche Geschichte, nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Lukas 22 und dort Vers 31. Jesus schaut diesen selbstsicheren, geistlichen, vermeintlichen Muskelprotz Simon an und sagt, Lukas 22, Vers 31, er sprach aber daher, Simon, 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 siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Jetzt, das ist eine erstaunliche Aussage. Wer von uns hat schon irgendwann mal etwas begehrt? Schon mal was begehrt? Schon mal was begehrt, wo gesagt, das will ich unbedingt haben. Dieses Auto oder dieses Haus oder vielleicht auch nur diese Süßigkeit. Ich will sie unbedingt haben. Und wenn ich es nicht rechtlich kriege, auf rechtem Wege, dann finde ich irgendeinen Weg, um irgendeiner Hand zu kommen. Ich will es unbedingt haben. Satan hat euch begehrt. Satan steht vor euch und sagt, den Simon, den Simon, wenn ich nur irgendwie den Simon kriegen könnte, ich würde alles dafür geben, um den Simon in meine Gewalt zu kriegen. Es ist nicht so, dass der Satan durch die Welt geht und sagt, ach, ist noch ein Christ. Naja, vielleicht schaffe ich den noch. Hab so viel zu tun. Naja, vielleicht kriege ich den noch. Nein. Satan schaut, wer bezieht sich auf Jesus? Wer bekennt sich zu Jesus und sagt, genau dich. Ich gebe alles, was ich habe, um dich auf meine Seite zu kriegen. Ich begehre dich. Ist nicht einfach nur so, dass der Satan uns hasst und einfach nur töten will. Er möchte so dringend, dass wir auf seine Seite kommen. Ist uns das bewusst? Ist uns bewusst, dass der Satan uns begehrt? Begehrt. Und wenn jemand etwas begehrt, kann er nichts anderes mehr denken, oder? Er kann an nichts anderes mehr denken. Wenn jemand unbedingt ein neues Auto haben will, es muss genau dieses Modell sein, diese Marke, diese Farbe, dann denkt er an keine andere Automarke, oder? Er denkt nur noch an das eine. Egal, ob er isst, ob er Zähne putzt oder schläft, er träumt davon. Satan denkt nur an bekendliche Christen. Er träumt sogar von ihnen, wenn er schlafen würde. Er will sie haben. Simon, Simon, erkennst du nicht, in welcher Gefahr du stehst. Simon, Simon, was heißt Simon nochmal? Nein, das ist Petrus. Hören. Simon, Simon, höre, höre, hör mir zu, Simon, verstehst du es nicht? Nein, wenn dich alle verlassen, mit solch einer Aussage, wenn dich alle verlassen, ich werde dich niemals verlassen, ich bin der Stärkste, ich werde auf jeden Fall bei dir stehen bleiben. Mit dieser Aussage, glaube ich ganz fest, hat der Petrus den Satan versucht. Wenn wir sagen, ich stehe so fest, ich werde niemals fallen, dann ist das sozusagen, zu sagen, Satan, hier bin ich, bitte, komm zu mir, hier, rotes Licht, hier bin ich, bitte versuche mich, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Satan weiß genau, das ist die Person, auf die ich gewartet habe. Alles klasse. Simon, du willst einen Kampf, du kriegst einen Kampf. Du kriegst einen. Es heißt weiter, in Vers 34, aber es sprach, Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das Wort heißt hier, wenn du dich einst bekehrst, Simon, du bist jetzt schon an einem Punkt angelangt, wo du nicht mehr bekehrt bist. Der gleiche Simon, zu dem Gott einmal, zu dem Jesus einmal gesagt hat, du hast ein Bekenntnis abgelegt, das Gott dir offenbart hat. Der Simon, der einmal so hoch, geistlich, auf seinem Niveau gewesen ist, ist jetzt schon, vor der Verleugnung, so weit von Jesus entfernt, dass Jesus ihm sagt, wenn du dich einmal bekehrst. Es ist nicht so, dass Simon die ganze Zeit auf einem geistlichen Hof war, einmal gefallen ist, sondern er hat sich über Wochen, über Monate, geistlich von Jesus entfernt, bis er über das Stoppschild gegangen war schon. Er war schon unbekehrt, bevor er geleugnet hat. Lange bevor wir die offensichtliche Sünde tun, haben wir uns schon über einen längeren Zeitraum von Jesus Schritt für Schritt entfernt. Ist das die Wahrheit oder habe ich recht? Lange bevor wir die echte, schlimme Katastrophensünde tun, haben wir uns vorher schrittweise von Jesus entfernt. Und das ist das Problem. Simon, Simon, Jesus versucht sie darauf vorzubereiten, ihre einzige Antwort ist im Vers 38. Sie sprachen, siehe, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er versprach zu ihnen, es ist genug. Kommt. Es macht keinen Sinn, weiter mit euch darüber zu reden. Ihr hört mir nicht zu. eine Krise kommt und ihr seid nicht vorbereitet. Aber Jesus betet für dich. Er betet für dich selbst dann, wenn du nicht bekehrt bist. Er betet für dich selbst dann, wenn du dich auf dem Weg in die falsche Richtung befindest. Er betet für dich und er hofft auf dich. Gehen wir zu Markus 14, Vers 32. Markus 14, Vers 32, einige Stunden später, findet sich Simon Petrus in einem Garten nieder, der heißt Gethsemane. Weiß noch jemand, was Gethsemane heißt? Die Ölpresse, nicht wahr? Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberkehrt. Vers 37, Vers 36, und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus dachte göttlich und nicht menschlich. Und jetzt lesen wir gemeinsam, sehr aufmerksam, Vers 37. Und er kommt, findet wen schlafend? Sie, alle, alle Jünger, die dort im Garten Gethsemane sind, sie schlafen alle. Und was sagt Jesus jetzt? Sagt er zu allen, ihr alle, warum schlaft ihr? Zu wem spricht er? Zu Simon. Warum spricht er zu Petrus? Warum, wenn er alles schlafen findet, warum kommt er zu Petrus und sagt, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Du, der du gesagt hast, ich werde dich niemals verlassen, die Krise ist noch gar nicht da, da hast du mich schon verlassen. Konntest du, der du so selbstsicher gesagt hast, ich werde dich niemals verlassen, konntest du, Simon, Simon, nicht eine Stunde mit mir wachen? Wisst ihr, wir reden immer von den großen Krisen der Endzeit, die auf uns kommen werden und sind uns sicher, wir werden vor den Königen der Welt aussagen, wir werden die Bibel zitieren, wir werden Menschen bekehren, zu Hunderten und zu Tausenden. Aber wenn uns die Müdigkeit überfällt am Abend und wir eigentlich Andacht machen sollten oder wenn am Arbeitsplatz etwas Schlechtes gesagt wird und wir mitlachen oder so die kleinen Sünden im Alltag uns übermannen, da können wir schon nicht zu Gott stehen. Und Jesus sagt zu uns, Simon, Simon, konntest du, der du so hohe Bekenntnisse hast, nicht im Alltag, jetzt, vor der Krise, mit mir eine Stunde wachen? Wie wird es auf die Krise vorbereitet sein? Und dann kommt es. Nur Minuten später, in Lukas 22, kommt eine Horde von Soldaten mit Fackeln marschiert durch den Garten und einer führt sie an, den Simon nur allzu gut kennt, nämlich Judas. Lukas 22, Vers 47, während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welche Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas verrät zu den Sohn des Menschen mit einem Kuss und können wir uns vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben, allesamt, Johannes, Andreas, die Donnersöhne, nicht wahr? Jakobus, wie kann der unser ehemaliger Freund ihn verraten? Können wir uns die Wut vorstellen, die Hochstieg in ihn und sie hatten ja Schwerter dabei. Wie können, Jesus, schau dir das an und so sagen sie in Vers 49, als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Ich stelle mir vor, wie alle Jünger dort standen mit gezücktem Schwert und drehen sich zu Judas und gucken nochmal zu Jesus. Jesus, sollen wir dreinschlagen? Dürfen wir? Gib uns die Erlaubnis. Wir möchten dich beschützen. Wir möchten uns wehren. Dürfen wir reinschlagen? Und sie gucken zu Jesus, warten auf die Antwort, aber einer schlägt zu. Einer schlägt zu, ohne die Antwort abgewartet zu haben. Vers 50, und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Einer, als alle angespannt waren und im Todeskampf waren, sozusagen, um Jesus zu verteidigen, aber noch auf seine Antwort gewartet haben, da meint einer, er muss nicht mehr warten, ob Jesus antwortet, ja oder nein. Er schlägt einfach zu. Wer war es? Johannes gibt uns die Antwort in Johannes 18. Johannes 18, Vers 10. Johannes 18, Vers 10. Johannes 18, Vers 10. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Nun, hier ist etwas interessant. Petrus möchte nicht hören und hindert andere am Hören. Er schneidet ihm das Ohr ab. Aber nicht nur das. Der Knecht hieß wie? Malchus. Und Malchus ist die Variante vom Hebräischen Melech und Melech heißt König. Petrus schlägt in Wirklichkeit den König. Denn was er dort tut ist in Wirklichkeit eine schallende Ohrfeige in das Gesicht seines Königs. Ich höre dir nicht zu. Simon. Simon. Von dem es heißt der hören soll. Nicht wahr? Höre. Höre. Er hört nicht und haut einem anderen noch das Ohr ab. Und Jesus nimmt das Ohr und heilt es. Und sagte Petrus Stecke dein Schwert in deine Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken den mir der Vater gegeben hat? Jesus wird abtransportiert. Und Simon Petrus steht verwundert da und folgt Jesus. In Johannes 18 Verzeihung in Johannes ja 18 Vers 15 Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Wer war der andere Jünger? Weiß das jemand? Der andere Jünger war Johannes. Johannes ist der einzige der von dem zweiten Jünger berichtet denn er war es selbst. Dieser Jünger war mit dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Jetzt ist die Krise da. Jetzt gilt es alles oder nichts und Petrus ist völlig unvorbereitet. Er wollte einen Kampf mit dem Satan. Satan sagt okay du kriegst den und jetzt steht er da ohne Rüstung. Johannes geht hinein denn er kennt den Hohen Priester. Können wir uns vorstellen wir gehen zu zweit in diese Situation wir folgen Jesus auf Ferne wir haben Angst um unser Leben wir folgen auf Ferne gucken und verstecken uns sieht uns jemand und dann geht Johannes alleine hinein und Petrus bleibt alleine draußen. Wie fühlt man sich? Jesus ist da drinnen Johannes ist da drinnen und ich stehe da draußen aber zum Glück kommt Johannes wieder es heißt in Vers 16 Petrus aber stand draußen vor der Tür da ging der andere Jünger hinaus der mit dem Hohen Priester bekannt war und redete mit wem mit der mit der Türhüterin und führte Petrus hinein das heißt da kommt der Johannes zurück redet mit der Türhüterin und sagt du pass auf ich kenne da jemanden lass ihn hinein Petrus sieht die Tür aufgehen geht an der Türhüterin vorbei und geht hinein nun jetzt ist er in dem Hof in Vers 18 heißt es es standen aber die Knechte und Diener um ein was um ein Kohlenfeuer das sie gemacht hatten denn es war kalt er steht auf dem Hof und es ist kalt und er sieht dort in der Mitte ein Kohlenfeuer ein Feuer was denkt sich der Simon der jetzt nur noch menschlich denkt nicht mehr göttlich es ist kalt es gibt Feuer hin zum Feuer oder hin zum Feuer in Lukas 22 Vers 55 in Lukas 22 Vers 55 heißt es wir werden jetzt immer zwischen den vier Evangeliumsberichten und herspringen da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammensaßen setzte sich Petrus mitten unter sie was sagt die Bibel wenn Menschen spotten und gegen Christus sind sollen wir uns unter sie setzen aber weil es so kalt war und er das Feuer suchte setzte er sich mitten unter sie warum ist das so wichtig weil dort gleich die erste Versuchung kommt er rennt förmlich in die Versuchung hinein er setzt sich ans Feuer Matthäus 26 und dort Vers 69 es heißt dort Matthäus 26 Vers 69 Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach auch du warst mit Jesus dem Galiläer jetzt das wäre schon interessant genug aber wichtig ist wer diese Magd ist schlagen wir zurück zu Johannes 18 es empfiehlt sich jetzt irgendwie die Finger alle drin zu lassen alle vier Finger Johannes 18 und dort Vers 17 Johannes 18 Vers 17 da spricht die Magd die die Tür hütete zu Petrus bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen das heißt die Magd war die Frau die die Tür gehütet hat durch die er hineingegangen ist zu der Johannes gesagt hat ich kenne ihn das ist mein Freund genau diese Magd fragt jetzt Moment mal dann gehörst du doch auch zu denen oder und Jesus sagt er verzeihung was wirklich Petrus nein 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 er hat den ersten Fuß in der Falle der erste Fuß ist in der Falle schauen wir gemeinsam was in Markus 14 Vers 68 steht Markus 14 Vers 68 es heißt dort er aber leugnete und sprach ich weiß nicht und verstehe auch nicht was du sagst ich verstehe gar nicht worum es geht und er ging in den Vorhof hinaus und der Hahn krähte ist uns bewusst dass bereits nach der ersten Verleugnung der Hahn gekräht hat jetzt was hätte ihm wohl einfallen müssen nach der ersten Verleugnung Moment mal der Hahn kräht der Hahn kräht aber ihm fällt nichts ein stattdessen wechselt er den Ort er geht aus dem einen Hof aus und geht in einen anderen Hof er versucht einfach das Problem zu entgehen um zu umgehen und setzt sich an eine andere Stelle jetzt was passiert am anderen Hof ganz schnell in Matthäus 26 Vers 71 Matthäus 26 und dort Vers 71 Matthäus 26 Vers 71 und als er dann in den Vorhof hinausging sah ihn eine andere also wer eine eine andere und sprach zu denen die dort waren auch dieser war mit Jesus dem Nazarener er setzt sich an einen anderen Ort jetzt kommt eine andere und sagt das gleiche ist uns mal bewusst geworden dass wenn wir mit der Sünde beginnen wir uns immer mehr in ein Netz verwickeln und das egal wie wir versuchen auszuweichen den Konsequenzen irgendwie kommt es von allen Seiten wieder nicht wahr da kommt eine andere aber nicht nur das gehen wir zurück zu Markus 14 Markus 14 und dort Vers 69 das ist der Wahnsinn Markus 14 Vers 69 sagt und als die Magd ihn sah begann sie wieder das heißt nicht nur kommt eine andere es kommt auch die gleiche von der ersten Versuchung er sitzt also auf dem Hof auf einem zweiten Hof da kommt eine andere Frau und sagt der war mit Jesus er sagt nein aber im gleichen Moment kommt die Frau aus dem ersten Hof dazu und sagt doch 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 die Vergangenheit holt ihn ein er kann sich nicht daraus befreien aber nicht nur das nicht nur es sind da zwei Frauen eine davon hat schon ihn angesprochen in Lukas wird uns bereitet dass auch noch ein Mann dazu kam bei der zweiten Verleugnung und zwar in Lukas 22 in Lukas 22 und dort Vers 58 Lukas 22 58 und bald danach sah ich sah ihn ein anderer und sprach du bist auch einer von ihnen drei Menschen eine neue Frau die Frau von der ersten Verleugnung und ein Mann drei gleichzeitig sagen du bist es bei der ersten Versuchung eine Magd bei der zweiten drei was sagt die Bibel über drei Zeugen auf die Sache von zwei oder drei Zeugen ist eine Sache bestätigt er verwickelt sich immer mehr denn Satan weiß er ist ohne Hilfe er ist ohne Schutz und Satan zieht das ganz genüsslich auf Schritt für Schritt zack zack die die Klammer zieht sich immer fester zusammen aber Johannes hat etwas was mich so bewegt hat von all dem was ich studiert habe in allen Evangelien in Matthäus Markus und Lukas wird die Verleugnung des Petrus getrennt berichtet vom Verhör des Jesus wir wissen dass das gleichzeitig stattfand Petrus war im Hof hat ihn verleugnet gleichzeitig fand ihm im Innenhaus das Verhör von Jesus statt und Matthäus Markus und Lukas machen erst den einen Bericht und dann den bei anderen und man kann sich überlegen es war gleichzeitig aber Johannes der live dabei war hat eine andere Erzähltechnik denn Johannes schwenkt schwendig die Kamera wir können das beobachten in Johannes 18 in Johannes 18 Johannes 18 da kann man sehen wie Vers 12 bis 14 über Jesus und ein Verhör sprechen Vers 15 bis 18 sprechen jetzt über den Hof es geht immer hin und her Johannes schwenkt die Kamera hin und her hin und her und dann nachdem die erste Verleugnung gewesen ist schwenkt er die Kamera wieder in Vers 19 auf Jesus und jetzt achten wir mal was Jesus gesagt hat während Petrus dort im Hof ist Vers 19 der hohe Priester nun befragte Jesus über wen über seine über seine Jünger über seine Jünger und über seine Lehre Jesus antwortete ihm ich habe öffentlich zu der Welt geredet ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt wo die Juden immer zusammenkommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet was fragst du mich frage die welche gehört haben was ich zu ihnen geredet habe siehe diese Wissen was ich gesagt habe Jesus steht dort im Verhör und sagt du befragst mich über meine Jünger du befragst mich über die Lehre ich brauche dir nichts über die Lehre zu sagen frage meine Jünger Johannes schwenkt die Kamera genau in dem Moment wo Jesus sagt frag doch meine Jünger sie werden dir alles sagen genau in dem Moment schwenkt Johannes die Kamera zack Vers 25 Simon Petrus aber stand da wärmte sich da sprachen sie zu ihm bist nicht auch du einer seiner Jünger er leugnete und sprach ich bin es nicht in dem Moment wo Jesus der Herr der Welt sagt als er angeklagt wird frag meine Jünger sie werden es sagen sagt genau der Jünger auf den Jesus sich beruft den Jesus als Anwalt nimmt sozusagen ich kenne ihn gar nicht Jesus Christus hat dich berufen ihn zu verteidigen wie fühlt sich Jesus wenn er sagt frag doch meine Jünger frag doch den Heinz frag doch die Angelika ich hab so lange mit ihnen gearbeitet hab ihnen alles erklärt frag sie sie werden es dir sagen und mitten in der Krise sagen wir nö Jesus kennen wir nicht kennen wir nicht in dem Moment als Jesus sich auf Petrus beruft als er ihn am dringendsten gebraucht hätte sagt Petrus nö kenn ich nicht weil er Angst hat weil er nicht vorbereitet ist auf die Krise er ist nicht vorbereitet und Satan triumphiert und er möchte es noch ein bisschen weiter drehen noch ein bisschen weiter noch ein bisschen weiter Lukas 22 und ich weiß nicht wem das jemals aufgefallen ist dort steht in Lukas 22 Vers 59 und nach einer Weile von wie lang Lukas 22 Vers 59 nach einer Weile von ungefähr einer Stunde zwischen der zweiten und der dritten Verleugnung liegt eine Stunde Zeit eine Stunde lang hat Simon Petrus Gelegenheit darüber nachzudenken was er gerade tut eine Stunde lang versucht der Heilige Geist in eine Spezialoperation ihn zu erwecken und sagen höre Simon Simon und er blendet aus eine ganze Stunde gibt Jesus ihm Zeit bevor der finale Schlag von Satan kommt eine ganze Stunde darüber nachzudenken zu beten ein Lied zu singen auf Jesus zu schauen irgendetwas zu tun eine ganze Stunde verrinnt ungenutzt und Satan hat schon den entscheidenden letzten Pfeil im Köcher eine ganze Stunde in Matthäus 26 Vers 37 Matthäus 26 Vers 73 verzeihung Matthäus 26 Vers 73 bald herauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus wahrhaftig du bist auch einer von ihnen denn auch deine Sprache verrät dich die Beweise werden immer dichter immer dichter hey ich hab dich gesehen du warst damals am Sabbat im Gottesdienst ich hab dich gesehen du hast Menschen von Jesus erzählt du kannst nicht leugnen die Beweise kommen immer dichter denn Satan weiß er wird auch diesmal leugnen und je mehr er ihn mit Beweisen und mit klaren Aussagen konfrontiert wird die Wahrscheinlichkeit immer höher dass Petrus immer weiter von Jesus wegkommt weil er alles leugnen wird alles leugnen wird denn wenn wir gerade entfernt von Jesus sind und Satan all diese Dinge in uns hinein schiebt dann weiß er dass ohne Jesus wir nachgeben werden und deswegen versucht er so weit wie möglich uns weg zu pushen eine ganze Menge bei der ersten Verleugnung eine Frau bei der zweiten drei Menschen jetzt die ganze Menge deine Sprache verrät dich bist du dir ganz sicher und dann kommt der finale Beweis in Johannes 18 Vers 26 wir sind gleich am Ende angelangt Johannes 18 Vers 26 da sagte einer von den Knechten des Hohen Priesters ein Verwandter dessen dem Petrus das Ohr abgehauen hat sah ich dich nicht im Garten bei ihm ich hab dich gesehen du hast ihm das Ohr abgehauen glaubt ihr der Petrus hat jetzt bereut dass er das Ohr abgehauen hat aber jetzt war es zu spät jetzt war es zu spät Simon Simon hatte Jesus gesagt jetzt stand er vor dem Ruin seines Lebens er zögert einen Moment und wenn jetzt noch irgendein guter Geist wenn der Heilige Geist den noch irgendwie jetzt in die richtige Echtung gepusht hat dann war es eine Sache die ihn jetzt auf jeden Fall daran gehindert hat zu bekennen die Angst vor der Strafe inmitten von all den römischen Soldaten war es jetzt die pure Angst um sein Leben denn wenn man als Jude einem einem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abschlägt das kann zumindest Gefängnisstrafe geben oder? und er sagt aus purer Angst nein die Bibel sagt in Matthäus sogar wir brauchen sich aufschlagen dass er sich verfluchte und schwor das heißt er hat gesagt wenn ich nicht die Wahrheit sage dann komme der Fluch Gottes über mich dann komme der Fluch Gottes über mich nein und jetzt hat Jesus nur noch eine einzige Chance eine einzige das ewige Leben von Simon hängt hängt am seidenen Faden Lukas 22 Lukas 22 Vers 69 Vers 60 Verzeihung Lukas 22 Vers 60 Petrus aber sprach Mensch ich weiß nicht was du sagst und zugleich während er noch redete krähte der Hahn und der Herr wandte sich um nicht weg von Petrus um auf Satan zu zeigen sondern zu Petrus und sah Petrus an und in diesem Moment als er in die Augen Jesu schaut da dämmert es ihm Simon da erinnert er sich und dieser letzte Strohhalm die Augen Jesu das Gesicht Jesu kurz bevor er auf immer verloren geht das ergreift er und er rennt hinaus und weint bitterlich sein Mitapostel Judas hatte den gleichen Strohhalm angeboten bekommen beim Abendmahl als Jesus ihm das Brot eingetrunkt gab und Judas hat lächelnd es genommen hätte Simon in dieser Situation als Jesus ihn anschaut ihn angelächelt und hätte weiter geleugnet ich glaube Gott hätte nichts mehr in der Hand gehabt aber er sieht in die Augen Jesu und er hört Simon und er rennt hinaus und weint und weint und weint und weint denn er weiß er ist genau in die Falle getappt die Satan ihn gelegt hat genau hinein und er hat alles vermasselt was man vermasseln kann jetzt weiß er hätte er damals nur sich nicht Schritt für Schritt von Jesus entfernt Jesus Jesus hat Jesus hat mit allem recht gehabt und als Jesus dort hinaufzieht nach Simon äh Verzeihung nach Golgatha und sein Kreuz ihm zu schwer wird und er dringend jemanden braucht der ihm das Kreuz trägt wer wäre wohl am angemessensten gewesen um das Kreuz von Jesus zu tragen wäre es nicht Simon Petrus der starke Fischer der der erste der Apostel war wäre er nicht der gewesen der hätte tun können aber es ist nicht Simon Petrus der das Kreuz trägt sondern Simon von Chirene ein anderer Simon als Jesus ihn am dringendsten braucht ist er nicht da wenn Jesus dich am dringendsten braucht wo bist du da bist du da wir kommen zum Schluss in Johannes 21 in Johannes 21 und er sagt Petrus ergabest du mich und Petrus sagt ja ich phileo dich ich habe dich lieb wie ein kumpel wie ein bruder wie Freunde und Jesus sagt ein zweites Mal liebst du mich wie mit der göttlichen liebe die bereit ist ein Opfer zu bringen ergabest du mich und Jesus sagt ja her ich hab dich lieb wie ein kumpel phileo und dann fragt Jesus ein drittes Mal Petrus liebst du mich mit der göttlichen Liebe die bereit ist ein Opfer zu bringen die bereit ist zu hören und Petrus Vers 17 da wurde Petrus traurig dass ihn das dritte Mal fragte hast du mich lieb und er sprach zu ihm her du weißt alle Dinge du weißt dass ich dich nur phileo lieb habe du weißt dass ich dass mir etwas fehlt in meinem herzen und jesus sagt zu ihm weil meine schafe ich gebe dir erneut den auftrag 40 tage später 40 tage lang predigt jesus zu ihm und zu seinen jüngern und nach 50 tagen steht derselbe Petrus auf einem podest wo selbst ohne live zu ihm mehr leute zuschauen als heute und predigt die gewaltigste predigt des neuen testaments simon simon zum schluss möchte ich uns allen einen ratschlag mitgeben den petrus uns mitgibt in 2. petrus 1 denn liebe freunde wir kommen auf eine gewaltige krise zu von der wir die meisten wahrscheinlich glauben es wird nicht so schlimm werden wir werden es schon deichseln wir werden uns schon irgendwie hindurch kommen oder aber jesus ruft uns heute zu simon simon hör mir genau zu und petrus gibt uns diesen rat in 2. petrus 1 vers 3 bis 11 glaubt ihr der simon hat ein bedürfnis gehabt allen weiteren gläubigen zu helfen dass sie nicht den gleichen fehler machen 2. petrus 1 damit wollen wir schließen vers 3 und folgende da seine göttliche kraft uns alles geschenkt hat was zum leben und zum wandeln in gottes furcht dient durch die erkenntnis dessen er uns berufen hat durch seine herrlichkeit und tugend durch welche er uns die überaus großen und kostbaren verheißungen gegeben hat damit ihr durch dieselben göttliche natur teilhaftig werdet nachdem ihr dem verderben entflohen seid das durch die begierde in der welt herrscht so setzt eben deshalb allen eifer daran und reicht in eurem glauben die tugend dar in der tugend aber die erkenntnis in der erkenntnis aber die selbst beherrschung in der selbst beherrschung aber das standhafte ausharren das warten im standhaften ausharren aber die gottes furcht in der gottes furcht aber die phileo und in der phileo die agape denn wenn diese dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen abnehmen wie am Ende des Lebens des Petrus zwischenseitlich zunehmen immer zunehmen zunehmen und nicht sagen oh ich habe einen Punkt erreicht jetzt bin ich der Chef immer laden nein es ist immer Petra nicht Petrus es ist immer der Fels Christus nicht mein eigenes ich Vers 9 wem dagegen diese Dinge fehlen der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen so wie Petrus zwischenseitlich vergessen hat Vers 10 darum Brüder und Schwestern seid umso eifriger bestrebt eure Berufung und Auserwählung festzumachen denn wenn ihr diese Dinge tut wirst du wirst du niemals zu Fall kommen du musst nicht in der Krise fallen du musst nicht du musst nur diese Dinge tun die hier stehen wollen wir lernen von Petrus möchtest du heute lernen von Petrus und sagen die Krise kommt aber ich möchte nicht wenn Jesus im himmlischen Heiligtum das Gericht hält und sagt frage meine Jünger möchte ich nicht auf der Erde stehen und sagen nein ich kenne ihn nicht wenn der ganze Himmel auf die Gläubigen schaut möchte ich ein Zeuge sein koste es was es ist dein Wunsch wirklich zu hören Vers 11 denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Rätters Jesus Christus reichlich gewährt werden Jesus möchte dass du durch die Krise kommst und deswegen ruft er dir heute zu Simon Simon wer von uns möchte sagen ich habe erkannt vielleicht dass ich in meinem Leben in der letzten Zeit mich ein bisschen so wie Simon stückweise von Jesus entfernt habe und ich sehe jetzt im Leben des Simon wohin das am Ende führt und ich möchte nicht dort hinten landen ich möchte gleich nachdem die ersten Schritte von Jesus weg geführt haben möchte ich sofort zurück kommen gibt es jemand der sagt ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen von Jesus entfernt vielleicht nur zwei oder drei Schritte aber ich sehe wohin das führen wird er sagt ich möchte heute den Bund mit Jesus erneuern möchte einfach ganz eng an Jesus wieder zurück kommen und nicht aus meiner eigenen Kraft leben und nicht noch Gott korrigieren wollen gibt es jemand wenn jemand diesen Wunsch hat das auszudrücken lade ich der Geschichte dass Simon heute ein wenig wieder erkannt vielleicht passiert es dass wir uns schritt für schritt von dir entfernen und meinen klüger zu sein als das was wir lesen klüger zu sein als das was du uns sagst und wir glauben nicht dass wir selbst alleine so unfähig sind dem Satan zu widerstehen so wie der Simon fast vollständig in das Netz gelaufen ist das ihm gestellt worden ist so laufen wir oft in Netze die der Satan uns stellt und schämen uns danach so sehr wir wollen diese Lektion das Simon lernen die er selbst aufgeschrieben hat im zweiten Simon Brief im zweiten Petrus Brief Kapitel 1 dass wir diese Schritte tun die dort aufgeschrieben sind dass wir wachsen in dir damit wir nicht zu Fall kommen nicht weil wir uns so sehr brüsten dann für uns wirken kannst weil du uns dann durch die Krisen durch tragen kannst weil wir dann Zeugen sein können selbst dann wenn es dunkel und kalt und einsam wird Herr Jesus hab Dank dass du für Petrus gebetet hast dass sein Glaube nicht aufhört und dass selbst als der Satan ihn begehrt hat du ihn angeschaut hast zu ihm gerufen hast Simon Simon höre höre hab Dank dass du uns nicht alleine gehen lässt dass du bei uns bist dass du immer wieder uns aufwächst dass du immer wieder uns ermutest dass du uns fragst kannst du nicht mit mir eine Stunde wachen Herr Jesus wir wollen uns ganz übergeben damit wir vorbereitet sind auf die Krise und weil du allein ewige worte das Leben hast und wir danken dir von ganzem herzen dass du ungebildete stinkende fischer zu den größten aposteln und evangelisten machen kannst und daher können wir uns sicher sein dass du mit jedem einzelnen von uns etwas großes im werk Gottes tun kannst und dafür danken wir dir am allermeisten Amen Amen